Vorteile von Zitronensaft mit Chiasamen Du kannst dieses gesundheitsfördernde Getränk schnell und einfach zubereiten, um davon zu profitieren. Zitronensaft mit Chiasamen ergibt ein ausgezeichnetes Getränk mit vielen Nährstoffen und gesundheitsfördernden Eigenschaften. Dieses Getränk wirkt unter anderem harntreibend und entgiftend. Darüber hinaus kannst du damit einfacher abnehmen. Zitronensaft mit Chiasamen zeichnet sich durch eine Fülle an Antioxidantien aus, die vor oxidativen Stress schützen und folglich auch verschiedenen Krankheiten vorbeugen können. Es handelt sich auch um eine ausgezeichnete Quelle für Aminosäuren, die Energie liefern und in Stresssituationen von großem Nutzen sind. Doch das ist noch nicht alles. Dieses Getränk liefert auch wichtige Ballaststoffe, welche die Darmfunktion verbessern und den Cholesterinspeichel reduzieren. Überzeuge dich selbst von all den Vorteilen von Zitronensaft mit Chiasamen. Zitronensaft mit Chiasamen für ein gesundes Herzgefäßsystem Wenn du die Gesundheit deines Herzgefäßsystems verbessern möchtest, ist dieses Getränk perfekt. Es enthält Omega-3-Fettsäuren, die den Cholesterinspiegel reduzieren und gleichzeitig Entzündungen lindern. Wie erwähnt, zeichnet sich dieses Getränk auch durch wertvolle Antioxidantien aus, welche die Blutgefäße reinigen und den Blutdruck senken. Zitronensaft mit Chiasamen zum Abnehmen Die Kombination von Zitrone und Chia hält dich lange satt und zügelt den Appetit. Du wirst so einfacher abnehmen können. Das Getränk liefert Ballaststoffe und Antioxidantien, die helfen, Fettgewebe abzubauen und die Einlagerung von Fett und Schadstoffen zu verhindern. Gleichzeitig haben diese Wirkstoffe entzündungshemmende Eigenschaften. Der regelmäßige Konsum dieses gesunden Getränks hilft auch bei Darmproblemen, wie Verstopfungen oder Reizdarmsyndrom. Damit kannst du auch eine gesunde Darmflora aufbauen. Zitronensaft mit Chiasamen liefert viel Energie Zitronensaft mit Chiasamen hilft dir, am Morgen mit Energie in den Tag zu starten und leistungsfähiger zu sein. So kannst du die alltägliche Hektik einfacher bewältigen. Zitronensaft mit Chiasamen für starke Knochen Dieses Getränk enthält auch wichtige Mineralstoffe, die deine Knochen stärken und ihre Gesundheit verbessern. Chiasamen enthalten Kalzium, das bekanntlich grundlegend für gesunde Knochen ist. Die kleinen Samen liefern auch Kalium und Magnesium, welche für die Knochen auch sehr wichtig sind und entzündungslindernd wirken. Damit kann auch altersbedingten Beschwerden vorgebeugt werden. Zitronensaft mit Chiasamen gegen Schmerzen Hast du regelmäßig Muskel- oder Gliederschmerzen? Dann kann dir dieses natürliche Getränk auch helfen. Die darin enthaltenen Omega-3-Fettsäuren wirken entzündungshemmend und tragen zur Linderung der Schmerzen bei Zitronensaft mit Chiasamen gegen Wassermangel Die tägliche Einnahme von Zitronensaft mit Chiasamen versorgt einen Organismus mit Flüssigkeit und kann einem Wassermangel vorbeugen. Sowohl die Chiasamen als auch der Zitronensaft enthalten essentielle Mineralstoffe, welche dem Körper gerade bei hohem Flüssigkeitsverlust Elektrolyte zur Verfügung stellen. Wie wird dieses Getränk zubereitet? Wenn dich all diese Vorteile überzeugt haben, kannst du dieses Getränk ganz einfach Herstellen, Zutaten, 1 Esslöffel Chiasamen, 10 Gramm, 1 Glas Wasser, 200 Milliliter, Saft einer halben Zitrone, 1 Esslöffel Honig, 25 Gramm optional. Zubereitung Die Chiasamen im Wasser 2-3 Stunden stehen lassen, bis eine Art Gelatine entsteht. Danach die Zitrone pressen und den Saft dazugeben. Nach Wunsch kannst du alles im Standmixer zerkleinern und das Getränk mit Honig süßen. Einnahmetrinke ein Glas in der Zeit zwischen Frühstück und Mittagessen. Zusätzlich kannst du dieses Getränk vor jeder Mahlzeit einnehmen. Hast du Lust das Getränk zu kosten? Profitiere auch du von allen Vorzügen.